Was ist Magersucht? Anorexia nervosa ist eine Essstörung, bei der eine Person in der Regel eine zu negative Ansicht über sich selbst hat und sich deshalb weigert, ausreichend Nahrung zu sich zu nehmen, um gesund zu bleiben. Die Art und Weise, wie die Nahrungsaufnahme vermieden wird, kann bei Personen, die von dieser Störung betroffen sind, variieren, obwohl die Ergebnisse typischerweise eine Reihe potenzieller medizinischer Probleme sind, dies ist in erster Linie eine psychische Störung, obwohl die Krankheit physische Aspekte hat und bestimmte physiologische Zustände dieser Störung imitieren können. Anorexia nervosa wird seit Jahrhunderten als Störung diagnostiziert und normalerweise mit einer Kombination aus Verhaltenstherapien und Änderungen des Lebensstils behandelt. Anorexia nervosa wird oft einfach Magersucht genannt und wurde zuerst von Sir William Gull, einem englischen Arzt der Königin Victoria, benannt. Im Allgemeinen wird die Erkrankung durch eine generelle Weigerung, Nahrung oder Nahrung zu sich zu nehmen, oder durch eine Anstrengung, den Körper nach dem Essen von Nahrungsmitteln zu befreien, kategorisiert. Diese Handlungen werden normalerweise durch ein übermäßig negatives Selbstbild hervorgerufen, dass jemanden zu der Annahme veranlasst, dass er oder sie unabhängig von seinem oder ihrem tatsächlichen Gewicht übergewichtig ist. Dieser Mangel an Ernährung aufgrund von Magersucht bleibt bestehen, auch wenn eine Person ein gesundes Gewicht hat oder darunter liegt. Viele Menschen denken an Magersucht als Weigerung, etwas zu essen, und dies ist eine häufige Form der Krankheit, obwohl auch Beulen und Bereinigung ein Hinweis auf diese Störung sein können. Der Mangel an Nahrung und die körperliche Belastung, die ein Mensch durch Spülung auf sich nehmen kann, führen häufig zu zahlreichen medizinischen Konsequenzen für diese Krankheit. Dies kann alles von Zahnverlust aufgrund von wiederholtem Erbrechen bis hin zu Gehirnatrophie und Hautverfärbung aufgrund von Mangelernährung umfassen. Jemand mit an Aurexia nervosa weigert sich häufig zu essen, ist besessen von Essen oder Essen und führt Rituale während des Essens ein, z. Er kocht vielleicht auch für andere große Mahlzeiten, isst oder frisst jedoch keine kleinen Mengen und spült danach schnell wieder aus. Frauen sind die häufigsten Betroffenen dieser Erkrankung, wobei etwa 90% der Frauen betroffen sind und 40% der Frauen, die jugendliche Frauen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren betreffen. Die Behandlung von Magersucht kann sehr erfolgreich sein, und dies ist normalerweise keine chronische Erkrankung. Die meisten Fälle dauern weniger als zwei Jahre und während ein Rückfall möglich ist, wird die Krankheit auch nach einem Rückfall oft überwunden. Psychologische Behandlungen wie Verhaltensänderungen sind bei dieser Krankheit ebenso üblich. wie medizinische Behandlungen, um eine Person wieder zu einem gesunden Gewicht zu bringen und eine korrekte Ernährung sicherzustellen. Jemand, deren Magersucht leidet, wird normalerweise geholfen, sich angemessener zu sehen und die Ursachen seines negativen Körperbildes zu überwinden.